Ich möchte Sie herzlich zur Ausstellung Utopien und Apokalypsen des Literaturmuseums der Österreichischen Nationalbibliothek begrüßen. Die österreichische Autorin Raffaela Edelbauer wird sie durch die Ausstellung führen. Das österreichische Außenministerium möchte auch in Krisenzeiten den Dialog und den Kontakt zu kulturellen Institutionen pflegen. Ich möchte mich herzlich bei Dr. Bernhard Fetz und Kerstin Putz bedanken für die Realisierung dieses gemeinsamen Videoprojekts. Die österreichischen Botschaften und Kulturforen werden diese Ausstellung weltweit digital zeigen. Ich wünsche Ihnen eine spannende Ausstellung. Wir befinden uns jetzt im Literaturmuseum, mitten in Wien. Das Literaturmuseum ist der österreichischen Literatur in all ihrer Vielfalt und Buntheit gewidmet, vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Die Sonderausstellungen legen ganz besonderes Gewicht auf gegenwärtige Themen und auf das 20. Jahrhundert. Dieses Gebäude wurde 1848 bezogen. Es war ein Archiv, eines der ältesten europäischen Verwaltungsarchive. Hier wurden die Akten der Habsburger Monarchie, die Finanzakten, Verwalt und ihr Direktor, ihr nicht sehr glücklicher Direktor, weil er sich eher als Dichter, denn als Beamter sah, war Franz Grillparzer. Grillparzer war ein bedeutender Dramatiker, Dichter, der mit den Größen seiner Zeit bekannt war, der Goethe besucht hat in Weimar. Und Grillparzer hat hier, man sieht es hinter mir, an diesem Schreibpult gearbeitet und gedichtet. Und ich freue mich, wenn Sie Gelegenheit finden, das Literaturmuseum zu besuchen und sich diese Dauerausstellung anzusehen oder eben eine unserer aktuellen Sonderausstellungen. Utopien und Apokalypsen, die Erfindung der Zukunft in der Literatur, lautet der Titel dieser Ausstellung. Und sie handelt von hellen und dunklen Zukunftsvisionen, von utopischen und apokalyptischen Entwürfen in der Literatur. In der österreichischen Literatur, aber auch in der internationalen Literatur. Wir spannen dabei einen Bogen vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Wir beschäftigen uns in dieser Ausstellung mit klassischen Utopien, mit Technikfantasien, mit Weltuntergangsszenarios, aber auch mit der Vision einer postapokalyptischen Welt. Zu Gast im Literaturmuseum ist die Autorin Raffaella Edelbauer. Sie hat sich für ihren Roman Dave mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und sie zeigt uns ihre Lieblingsobjekte in der Ausstellung und im Anschluss führen wir ein kurzes Gespräch. Plansprachen gehören meiner Ansicht nach zu den faszinierendsten Facetten, in die man Utopien kleiden kann, weil sie das, was sie herbeiführen wollen, qua ihres eigenen Entwurfs verwirklichen möchten. Clemens Setz hat im Herbst 2020 ein Buch über diese faszinierenden Gebilde herausgebracht, in dem man auch ein bisschen mehr lesen kann. Über die Plansprache, von der ich jetzt reden werde, nämlich Ladern von Suzette Hayden Elgin. Ladern ist dazu entworfen worden, die marginalisierten Gefühle von Frauen besser zu repräsentieren. Und wenn sie das Gendersternchen oder das Binnen-I schon invasiv finden, dann werden sie Ladern besonders lieben. Denn diese Sprache arbeitet sehr stark auf der einen Seite mit Tonalität und auf der anderen Seite mit infixen, Präfixen, Suffixen, die Worten und den vielen tollen Neologismen, die Elgin hier kreiert, eine andere Konnotation geben. Also je nachdem, was für eine Silbe ich in ein Wort hineinschiebe, kann es somit pejorativ oder positiv gemeint sein. Warum ist das utopisch und warum ist das feministisch? Und zwar entwirft Elgin in ihrem Roman Native Tongue eine Gesellschaft von Frauen, die als Geheimsprache diese Form der Kommunikation wählen, um ihre Gefühle mitzuteilen. Zu den ältesten dystopischen Schriften gehören eschatologische Vorstellungen. Das heißt, Imaginationen über das christliche, über das religiöse Weltenende. Diese Vorstellungen sind sehr häufig aus mesopotamischen Quellen inspiriert. Man denke beispielsweise an das Gilgamesch-Epos oder aber das indische Vishnu-Purana. In christlicher Zeit wurde das vor allem durch die Johannes-Apokalypse, die auf Patmos entstanden ist und die wir hier hinter mir in der Lutherbibel bewundern können, aber auch durch die eschatologische Rede Christi popularisiert. Die Frage, wie dieses Weltenende aussehen könnte, ist natürlich dabei Gegenstand vielerlei Spekulationen gewesen. Aber man hat auch versucht, durch vorbildliches Verhalten die eigene Seele vor diesem Weltenbrand zu retten. Ein Beispiel für so eine utopisch zu nennende Konzeption ist die von Johann Valentin Andree entworfene Stadt Christianopolis, in der eine Art Theologenstaat, wenn man das zum Philosophenstaat analog sehen möchte, den Platon entworfen hat, gezeichnet wird. Das heißt, es ist eine Gesellschaft, die quasi auf christlichen Prinzipien, auf einem idealtypischen religiösen Verhalten fußt. Es wurde auch sehr, sehr stark inspiriert von numerischen, von kabbalistischen, von heutzutage eigentlich magisch zu nennenden Praktiken und ist wie alle Schriften von Andree sehr, sehr obskur aus heutiger Sicht. Wer es wirklich komplett abgedreht mag, kann sich die kümische Hochzeit desselben Autos anschauen, wo ein Homunculus entwickelt wird und ein verstorbenes Paar wiederbelebt. Der 1890 geborene Karel Czapek war sozusagen ein Spezialist für Dystopien und hat eine ganze Reihe an Romanen über totalitäre Systeme oder Auseinandersetzungen geschrieben, die man lesen kann, als eine gruselige Zukunftsvision sozusagen. Unter anderem stammt auch das Wort Roboter von ihm, das er zum ersten Mal in seinem Text ROR verwendet hat. Hier sehen wir sogenannte Klappmaulpuppen, die für eine Bühnenfassung des Romans verwendet wurden. Und der Krieg mit den Molchen, das Buch aus dem diese Figuren entnommen sind, ist eine meiner absoluten Lieblingsdystopien. Es geht darum, dass vor Sumatra eine Spezies sprachfähiger Riesenmolche entdeckt wird, die von den Menschen zunächst einmal in einer Art Tauschhandel dazu eingesetzt wird, Perlen zu ertauchen. Später stellt sich heraus, dass diese Tiere eigentlich dieselben intellektuellen Fähigkeiten haben wie Menschen, aber aufgrund sehr sehr kruder rassentheoretischer Abhandlungen unterdrückt werden. Und es kommt, wie es kommen muss. Sie planen einen Aufstand und es kommt eben zum titelgebenden Krieg mit den Molchen. Meistens wird Czapiks Buch gelesen als eine Form von Vorausblick am quasi Abend des Zweiten Weltkriegs, weil es eben auch im zeitlichen Horizont dieser Historie geschaffen wurde. Aber meiner Ansicht nach kann man auch sehr sehr aktuelle speziesistische Diskurse herauslesen. Das heißt Fragen darüber, ob Tiere arbeiten können, wie das zu bewerten ist und wie wir uns als Menschen über andere Spezies erheben. Es geht in dieser Ausstellung ja auch viel um Technikfantasien, um dystopische Maschinenträume, nennen wir das. Sie haben in Ihrem Roman Dave sich mit künstlicher Intelligenz, mit Transhumanismus befasst. Was ist eigentlich das Faszinosum künstlicher Intelligenz? Ich glaube für mich ist es ein anderes, als es normalerweise in so klassischer dystopischer Literatur zelebriert wird, weil mich vor allem interessiert hat eigentlich, was für falsche Verheißungen sich damit verbinden. Das heißt, ich mache eigentlich keine wirklichen Existenzzukunftsaussagen in dem Sinne, sondern es geht für mich mehr darum, was sozusagen die falschen Pferden sind, die auch in der Vergangenheit ja immer irgendwie in eine andere Richtung geführt hatten, als das, wie sich die Zukunft dann wirklich gestaltet hat. Also, dass wir jetzt noch immer nicht in fliegenden Autos unterwegs sind dafür, weil es wirklich sehr wenig vorhergesehen ist wie das Internet haben, das unser ganzes Leben bestimmt. Das finde ich ist eigentlich das Faszinierende daran, also dass jede Zukunftsaussage immer falsch ist. Was für diese Ausstellung noch wichtig war, war den Gegensatz Utopie, Dystopie ein bisschen aufzuheben und zu zeigen, dass es genau immer dann interessant wird, wenn die Dystopie in die Utopie einbricht und umgekehrt. Ist das etwas, was Sie auch interessiert oder wo Sie weiterdenken würden wollen? Also, das ist sozusagen die realistische Form, diese Dichotomie zu denken. Ich finde aber schon eigentlich interessanter reine Utopien tatsächlich. Also, wir haben jetzt ja eine reiche Tradition an reinen Dystopien gesehen, wo man ganz klar sagen kann, das ist in irgendeiner Weise ins Negative getrieben oder das ist etwas, was wir nicht wollen. Super faszinierend finde ich aber auch die Utopien einfach. Also, das ist irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen, oder? Dass man so sagt, so soll eine Gesellschaft sein. Weil wir haben einfach jetzt vor allem im 19. und 20. Jahrhundert eine Reihe von Regimes gehabt, wo wir ganz klar sagen können, da ist etwas schiefgegangen. Aber was ist quasi das rein utopistische Element zu sagen, ich weiß, wie die Gesellschaft besser sein könnte und zwar so. Das ist etwas, was eigentlich schon fast rührend naiv anmuten würde. Aber gerade deswegen irgendwie meiner Ansicht nach wieder mal versucht werden könnte, glaube ich. Und die Literatur ist auch ein Ort dafür? Natürlich nicht. Ist da die Politik an der Stelle oder die Ideologie oder kann die Literatur da etwas leisten? Also, ich finde das ziemlich cool eigentlich, was auf der einen Seite so basispolitisch bei Fridays for Future passiert. Und finde auch diese Form des Unzynischen, die meiner Ansicht nach eine Generation nach mir jetzt schon wieder so en vogue ist. Also, ich habe das Gefühl, ich bin in so einer überironisierten Gesellschaft philosophisch und literarisch sozialisiert worden. Und ich finde das eigentlich ganz großartig, wenn man dann sagt, nein, also ich glaube, es ist so ein guter Kern irgendwo in der Gesellschaft doch da, den man kultivieren und nähern kann. Das finde ich total mutig, finde ich viel mutiger als alle dystopischen Szenarien, die man entwerfen könnte. Die Frage, ob der richtige Ort für die Literatur ist, ist ein bisschen schwer zu beantworten. Weil, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es literarisch genauso umgesetzt wird, glaube ich, dass ein riesiges Kitschpotenzial einfach dahinter steckt. Das geht nicht. Und Literatur hat schon irgendwo, also profitiert qualitätsmäßig eben sehr stark von dem, was Sie vorher gesagt haben. Wenn Brüche drinnen sind, wenn quasi Form und Inhalt sich spießen und so weiter. Es ist nicht der richtige Ort für Reinheit quasi. Die Frage jetzt, ob man Literatur und Philosophie trennen möchte, ist auch für mich nicht so klar zu beantworten. Aber ich glaube, es ist eher so ein bisschen ein Ort für philosophisch-politische Szenarien, diese Art von Optimismus durchzuspielen. Da sehe ich mich jetzt nicht so richtig in der Rolle. Und wenn wir jetzt von diesen großen utopischen Gesten und Entwürfen nochmal auf die andere Seite gehen, zu den apokalyptischen Visionen. Das ist ja etwas, was vor allem in der Popularkultur, im Katastrophenfilm gerne durchgespielt wird. Woran liegt es eigentlich, dass uns diese Vorstellung des totalen Untergangs so fasziniert? Also ich glaube, dass es auf einer Makroebene, also das heißt, wenn man wirklich das menschliche oder nicht nur das menschliche Dasein als Lebewesen auf diesem Planeten als Ganze sieht. Das einzige, was gewiss ist, ist, dass es irgendwann enden wird. Und dass tatsächlich einfach die Sonne irgendwann mal dieses Sonnensystem verschlucken wird und dass es eigentlich keinen Ausweg geben kann daraus. Und deswegen glaube ich, dass das eine ganz wichtige Form von psychologischer Bewältigung ist, die man natürlich auf eine furchtbare Weise in ein destruktives Potenzial verwandeln kann, wenn man das als nicht symbolisch, sondern als tatsächlich sieht. Also quasi, wenn du so und so handelst, dann wirst du in die Hölle kommen. Das ist auch wieder eine Form von Vereinfachung, die quasi dieses Symbolische, das in diesen Menschheitsvorstellungen von zyklischer Zeit drinnen ist, wieder sehr zu einer Plattitüde macht. Also an sich glaube ich, dass es wirklich sehr gute psychologische Gründe dafür gibt, das nicht nur auf einer persönlichen Ebene zu machen und zu sagen, meine Angehörigen sterben oder ich sterbe eines Tages, sondern tatsächlich dieses gesamte Dasein, das wir kennen, ist zeitlich begrenzt. Aber man muss halt aufpassen, dass man das dann nicht wieder in dieses Persönliche zurückzieht und glaubt, das Weltenende hinge an einem selbst oder an irgendwelchen religiösen Riten, die dann ja wieder hochgradig subjektiv sind. Das ist ein Brüssel für die Gegend. Merken wir wieder. Ich auch noch nicht über das Sttteich zu sagen! Das ist das St Heuer-Riten. Die Verệtatschland werden aber schon über sie. Die Verhensung der Angehörigen. Das ist ein Brüssel für die Bekanse. Das ist das St-Dre ist ein Br UN-Militier. Untertitelung des ZDF, 2020